guten tag liebe leute hier ist der gusuf wieder und er spricht wieder schnell er hat die art an die artillerie also sprich ich habe seit dem letzten mal auf blues decks anmelden habe ich ich glaube das waren 20 das war die errungenschaft glaube ich 20 artillerien gekillt ich muss mal schauen und zerstörer nein minenwerfer metzler heldenhaft also ich habe ja definitiv nur einen da an die artillerie 200 200 müsste ich jetzt killen alter was ich habe danach noch vier stücke killt kam mir gar nicht so vor aber egal also auf jeden fall hat es geklappt da gab es noch 150 gems habe ich mich ziemlich drüber gefreut und dann war das chico ansonsten im unteren bereich wenn ich jetzt irgendwie silber oder gold wäre würde ich natürlich nie 1011 angreifen es sei denn du hast halt eben mega kranken loot aber der ist ja momentan wohl unten eh gar nicht so verkehrt aber wie gesagt ich habe euch ja auch im letzten video ein paar sachen gezeigt wo ich gesagt habe so verkehrt ist das jetzt hier auch nicht das ist okay hier das sind jetzt nicht so eine sache wo man sagen muss okay elix gar nichts aber ich meine das ist jetzt nicht total gay und dann halt eben wirklich noch mal 200 von beidem bitte bitte dran denken bitte von beidem einfach noch mal insgesamt sozusagen 400k noch mal oben drauf macht spaß macht sinn und da wollen wir hin also von daher passt das ich habe heute noch gar nicht angegriffen richtig nicht dass ich hier lüge genau also ja heute im normalen tagesbereich sage ich mal und mein handy schickt mir eine e mail ist mir auch scheißegal so und ich will natürlich angreifen ich bin noch krieg zuschauer der krieg geht auch nicht mehr lange er wird denke ich mal gewonnen läuft auf jeden fall bei uns und ich greife noch mal an ich hoffe ihr habt mein anderes video schon gesehen dass mit der crew ich gucke halt wirklich will you play löschen und sehe ja the crew ist kostenlos ok ich hatte mich ja wie gesagt zur beta angemeldet bla bla habt ihr anfangs gezockt also ganz kurz mal angespielt weil ich es halt einfach zeitlich nicht anders auf der reihe gekriegt habe und ja gucke und denke gut okay ich meine wenn es umsonst ist it's free also ich meine dann kann man das auch machen und genau wie gesagt so eine sache ich habe das auch im video angesprochen hat wo ich halt sage wenn ich eine gewisse reichweite habe warum soll ich dann meinen abonnenten nicht da in anführungsstrichen was gutes tun auch wenn ich es halt nicht klar ich kriege natürlich für die normale werbung die davor halt zu sehen ist kriege ich halt will aber ansonsten halt nicht irgendwie ein product placement ja warum soll ich euch denn nicht was gutes tun wenn ich die info habe es tut mir doch nicht weh die drei minuten video kurz hey komm ganz easy schafft man ich würde sagen ich würde hier diesen bereich gerne aufspringen weil 350.000 die will ich mir einfach nicht entgehen lassen will da dem minenwerfer dem inferno da auch gleich noch mal ein bisschen was auf den zahn geben und und achso ich wollte schon sagen und es hat nicht geklappt aber doch es klappt indem wir hier einfach noch mal mehr setzen jetzt könnte man sagen man geht auf ach egal kommt leute hier drei locker locker easy peasy sollte easy going machbar sein zack 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 und dann kommen hier rage rein und ich auch wenn der jetzt eventuell daneben läuft glaube ich zwar nicht aber gucken wir einfach mal hier zack einfach mal rein da mit dem zeug was die kiste hergibt schüttel dein speck so drache sollte von der queen denke ich mal relativ easy ausgenockt werden draußen passt auch hier der inferno der muss ja genau der muss down gehen Alles weg auf einmal alles weg aber wir haben hier noch ein rage das war genau die queen kümmert sich so ein bisschen nebenbei um das zeug was sonst die heiler kaputt machen würde Passt Zwei bogeytürme natürlich richtig scheiße klar Alter ich kriege gerade richtig auf den sack und die heiler natürlich auch gerade richtig übel die werden richtig auseinander gehen Jetzt wäre natürlich die frage ne in rage noch ein zusätzlicher rage glaube ich lohnt sich nicht das ist klar ich hätte die queen jetzt Halten können aber der heiler wäre dann eh down gegangen also von daher muss man the church in the village lassen und Und dann muss man einfach sagen Lohnt es sich halt oder lohnt es sich nicht und in meinen augen hat sich oder hätte sich hier nicht gelohnt so passt Na der bowler wird down gehen er wird down gehen und er ist down meine nase juckt kennt er ja Kennt er ja So hier ja klar das ist klar kanone und bogeyturm beziehungsweise sogar zwei bogeyturm aber ich würde mal sagen das passt das ist so ein typisches ding wo ich sage hey Genau so läuft es halt ab wie gesagt man darf nicht in vergessenheit geraten Beziehungsweise man darf es nicht vergessen dass man halt wirklich richtig richtig episch viel dunkles verballert das ist definitiv so Aber wen interessiert es ich meine meine helden sind einfach mal so weit oben dass ich sagen kann gut okay ich gönne mir diese zeit einfach mal hier Und gehe hier jetzt ganz soft und sanft nach oben Und Maxe dabei trotzdem noch meine base aus also hier zum beispiel mega geil also wie gesagt ich bin ja halt an den fallen dran Dass die halt immer mehr gemakst werden Und weil die vergisst man schnell man denkt sich halt gut okay ja hier tesla ist mag man sieht es ja auch es sticht einem ja ins auge Was halt so weit gemakst ist und ganz ehrlich wenn die sachen hier so weit gemakst sind also wie gesagt bogeytürmer müssen ja auch noch da geht ja noch was Und wenn das soweit gemakst ist dann wird es auch nicht mehr so einfach dann für ein ganz normal also für ein townhall 9er eh schon schwieriger Kommt wir gucken uns noch mal ein paar devs an gegen Ja gegen mich sozusagen hier sowas brauchen wir uns nicht anschauen das ist klar dass der mich gegen die wand spielt oder also ganz ehrlich Da ist es eigentlich schon Wiederum gut für die base oder zeigt es dass die base nicht so verkackt ist weil wenn einer hier mit max truppen angreift Und dann nur 91 prozent macht Also von daher gucken wir mal hier war auch eine knappe geschichte aber ihr wisst selber knapp Hier brauchen wir auch nicht drüber reden Haben wir noch ein Alter jetzt durchgängig verloren Ah schade da haben wir keine keine wiederholung mehr drin Aber es kommt halt immer mal vor dass man dann doch noch eine verteidigung gewinnt und das ist natürlich mega nice auf jeden fall passt Mache dir ein golem vielen dank Junge Viele dank Und dann läuft das Grundsätzlich spenden verhältnis Das sieht natürlich bei mir immer noch total kacke aus aber ich habe mich ein bisschen gebessert habe natürlich dann auch ordentlich Truppen rein geblasen und wie gesagt im oberen bereich sobald man so im champ bereich ist oder im push halt irgendwo Dann sehe ich das so dass vielen dank tim für deine spenden verhältnisse richtig richtig nice Ansonsten läuft das hier läuft das richtig richtig cool Clan ist mega aktiv das passt und ja wie ich das mitbekommen habe suchen wir Ich halte mich da jetzt raus weil wie gesagt ich halte mich in dem clan auf weil das ja irgendwo auch schon Mein clan ist ich war ja bei der erstellung mit lichtle zugange Den haben wir ja erstellt aber wie gesagt ich möchte mir diese krone nicht aufsetzen Oh hier mein clan fertig So und deswegen wie gesagt da wird der clan sucht gerade irgendwie ein partner clan also wenn da jemand richtig Einen ordentlichen clan am start hat Bewerbt euch einfach mal So würde ich das jetzt einfach mal nennen Ihr habt ja meine facebook seite einfach mal runter schreiben dann kann man das ja machen So ansonsten ja ich weiß noch nicht was ich hier so am upgraden werde oder upgraden machen werde Riesen werden ziemlich nice Obwohl ich es halt so super 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 selten verwende ich glaube aber fast die meiner Ich werde die meiner verbessern weil die meiner Eine gute alternative zu den bowlern sind Dass man halt sagt gut okay ich kann gerade momentan nicht mit bowlern arbeiten weil ich die halt upgrade oder eben wie jetzt gerade da stehe Ich habe nicht mehr genug dunkles Dann kann man mit den minern forschen und dann passt das also von daher läuft das momentan echt richtig gut und jetzt Gucken wir doch noch mal ein bisschen in den cw So wie schaut es aus kriegs ereignisse und wir würden mal sagen Die haben wir auf dem sack bekommen aber achte auf zehnte und ihr wisst selber wir waren jetzt hier gucken wir uns mal kurz rein Wenn wir uns mal anschauen Es ist hier ein in anführungsstrichen low level cw gewesen also sprich Alles was so im unteren bereich ist hier so so 5 6 das wird halt definitiv gethree start Und Oder auch nicht von den gegnern Aber ansonsten passt das ansonsten wenn wir das schon mal sehen guck mal hier wir sind kurz vor den 100 prozent Mehr oder weniger Jetzt können wir noch mal reinschauen wie es insgesamt aussieht wer noch nicht angegriffen hat da sind alle soweit durch Hier nova nochmal einmal und luxier Und hier unten klar aber da passiert natürlich nichts weiter Wir möchten schauen Fünf auf sechs Tim hat nach Ach komm hier schauen wir uns gehen wir gehen wir uns den mal Tim hat nachgebessert Ist natürlich immer so eine Ah richtig cake alter richtig Ist da jetzt schon echt einer kaputt gegangen ich glaube nicht doch andersrum ich glaube ja Weil einer war ja dann schon im roten bereich und dann wäre der ja noch angezeigt worden Ist natürlich geil gewesen finde finde ich jetzt persönlich eher ziemlich geil Weil Die queen ist noch nicht in einem bereich wo es kritisch werden würde das heißt also er hat hier jetzt einfach Komplett die möglichkeit zu sagen gut okay kommt noch mal kurz überlegen schicke ich noch andere truppen vor Rage ich die queen wann rage ich die queen wie mache ich das weil die 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 luftballons Die loons Geben definitiv der queen eine auf den sack aber es ist nicht unmöglich Dagegen vorzugehen jetzt natürlich wirklich hat er die möglichkeit also ich würde sagen Eventuell Wenn er den golem e schicken möchte Müsste er den golem jetzt platzieren dass die loons noch relativ schnell darauf gehen das könnte man bringen Und dann halt mit den magiern auch die cb killen so eine sache aber wir sehen auch er hat zweimal den gift Wofür Klar wir können natürlich auch sagen ich mache die helden langsamer das ist natürlich doch eine sache die man nicht vernachlässigen darf Aber natürlich auch für die cb gucken wir mal wie das hier läuft Bin ich gespannt Vollkommen richtig also der der gift ist gesetzt Ja passt Ohne sie zu ray Richtig nice und er hat aber auch gleich beide genommen aber richtig richtig nice dass du dir den den hier Beziehungsweise den die ability erhalten hast richtig nice du gehst hier schon direkt rein mit der queen oben bist du auch schon drinnen Richtig cool also ich rede jetzt zu tim sozusagen Hier braucht sich die queen gar nicht verstecken das passt expo auf drei was passiert gar nichts da ist total gechillt auf jeden fall Expo geht hier auf den golem total easy peasy hier beim inferno brauchen wir jetzt richtig power dass beide infernos hier jetzt richtig Gerostet werden sonst hat man definitiven problem aber die base ist halt auch nicht Ansatzweise gemäxt das ist definitiv der fall queen ist da totgegangen wegen der 30er queen des gegners Gucken wir mal weil kühlen reagieren hier richtig schön abpasst King king richtig cooles match und er hat halt noch die schweine Aber keine heal mehr dazu muss man sagen muss man gucken wo waren die riesenbomben hier ist auf jeden fall eine gewesen ich glaube Im oberen bereich auch und Hier nochmal eine sehr gut dass der king die gleich ausgelöst hat den king juckt das irgendwie gar nicht Ja die valkyren machen da irgendwie Nix Aber passt Souverän würde ich sagen das kann man definitiv noch als souveränen sieg bezeichnen er hat die schweine noch am start Definitiv und er ist kein bauer wenn ihr versteht was ich meine also das passt auf jeden fall es war ein schöner sieg Und gut aufgeräumt Gut durchdacht und mit der queen hat mir richtig richtig gut gefallen dass man halt wirklich sagen kann gut okay ich habe halt die ability noch läuft Einwandfrei das war es von mir ich spend jetzt noch mal was und dann war's das haut rein ihr boys and girls